Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das werden wir hier rausfinden. Warte mal. Oh, warte. Digga, wir haben da hinten eine Atombombe explodieren lassen. Okay. Alter! Geht's doch, du... So, und dann? Ah, okay. Okay, was haben wir denn da ausgelöst, Digga? Gut. Haben wir irgendwas? Huch! Okay. Okay. Kim Jongs Ups. Hahaha. Hahaha.